Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Erster Tor, er ist relativ spät in der Partie, nun ist relativ spät geplatzt. Wie siehst du die Partie? Ja, es ist immer schwer gegen gegen 5-4-1 vom Gegner. Die stehen tief, die haben nur eine Spitze. Selbst auf dem großen Platz ist es immer schwer, dagegen anzuspielen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir auch schon in der ersten Halbzeit gute Chancen rausgespielt haben gegen die Grundordnung. Wir haben an unserem Plan festgehalten, in der Halbzeit waren ganz ruhig. Der Gegner war in der Verlängerung am Mittwoch. Ich habe auch gesagt, die Räume werden jetzt größer, weil es für den Gegner immer schwieriger wird, die Räume zuzulaufen. Und dann hat es die Mannschaft dann auch gut gemacht und wir haben uns dann belohnt. Genau. Heute Kevin Dicklober, erstes Fluchtspiel, hat sich sofort sehr gut eingebunden. Wie ist so seine Position jetzt im Team? Wie würdest du es so beurteilen? Also wir haben gestern ohne seine Anwesenheit eigentlich seine Laufwege schon mit einstudiert, auf welcher Position wir ihn einsetzen wollen und wie wir die Angriffe dann vorbereiten. Und heute haben wir ihn eigentlich eingesetzt und es hat genauso funktioniert, wie wir es wollten. Das war ganz gut und mich freut es natürlich vor allem auch für Malte, der auch viele dieser Wege machen musste, dass er sich selber belohnt hat und in unserer WG. Malte Kammer WG, da ist ja klar, dass wenn der eine trifft, dann kann der andere natürlich nicht kein Tor machen, weil sonst hätte er wahrscheinlich die ganze Woche Spülen gehabt oder kochen müssen. Deswegen jetzt hat jeder ein Tor gemacht, da können die zufrieden sein. Dicklober hat auch sein Tor gemacht. Wir sind froh, dass er bei uns ist. Nächste Woche dann Ligaauftakt. Gibt es schon eine Startelf oder ist da noch sehr viel Bewegung drin in der Mannschaft? Der Kader ist ja diese Saison doch sehr breit und es sind auch viele Nachwuchstalente dabei. Also wir haben noch eine, wie gesagt, noch eine Trainingswoche. Ich sage, die Abläufe, die wir sehen wollten, die haben wir heute gesehen von den Spielern, die auf dem Feld waren. Jetzt kam Mio nochmal zurück. Das verstärkt auch nochmal den Konkurrenzkampf. Die Jungs, die jetzt heute in Stuttgart trainiert haben, haben auch heute einen guten Job gemacht, auch die reinkamen. Also es wird jetzt neu gemischt unter der Woche, aber grundsätzlich können wir mit breiter Brust dann ins erste Saisonspiel reingehen und das war auch das, was wir uns vorgenommen hatten für dieses Spiel heute. Alles klar. Ich wünsche schon mal einen guten Saisonauftakt. Danke. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Auf die Blaue. Auf die Blaue. So, ich stehe jetzt hier mit Malte. Gutes Spiel. 3 zu 0 gewonnen. Souverän. Weitergekommen. Erzähl mal was zum Spiel. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, war relativ schwer am Anfang. Die standen sehr, sehr tief, haben uns wenig Raum gelassen. Aber ich denke, wir haben das geduldig gespielt, souverän zu Ende gespielt. Hinten ist nichts angebrannt und wir wussten, dass irgendwann brechen die ein oder wir machen irgendwie ein Tor und dann läuft das Ding schon fast von alleine. Ja, genau. Du sprichst es an. War dein Tor, war ein Eigentor? Ich habe es nicht richtig gesehen aus meiner Position. Das war deins, oder? Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Ich habe den schon extrem gut aufs Tor gebracht. Vielleicht war der ganz leicht dran. Ja, aber minimal, oder? Genau, ja. Ich würde halt dein Tor zählen lassen, gar nicht klar. Ich auch. Blanco spielt einen super Ball auf mich rein. Ja. Ich knall mal drauf, wird ein bisschen abgefälscht und dann fällt er halt hinten rein. Ja. Dann nehmen wir mit. Und jetzt kommen wir zu dir. Du hast ja auch ein Monster-Tor gemacht. Ich habe es jetzt nur aus Erzählungen gehört, ich habe es selbst nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, da ist noch ein Loch im Netz. Müssen wir später mal nachgucken oder in Didi hinschicken, dass der das bisschen repariert. Der Dickel hat zu mir gemeint, hat einen Bandscheibenvorfall, weil er sich so verkrümmeln musste bei seinem Kopfball. Aber ich glaube, da habe ich geil getroffen. Geiles Tor. Sieht man bestimmt in der Wiederholung. Unhaltbar. Genau. Und das dritte Tor, da warst du ja auch beteiligt. Da spielst du den Ball dann auf den schnellen, spitzigen Dickel. Ja, das macht er clever. Läuft, kreuzt den Torwart, fällt hin, hakt ein bisschen ein und dann jagt das Ding rein. Genau. Einser Quote beim Elfmeter. Ich glaube, letztendlich kann man sagen, souverän weitergekommen. 3 zu 0. Alles richtig gemacht im Pokal. Ja. Auf die Blaue. Auf die Blaue. Ab Contofferpping Cookie Rim usher. Sei Mac be, mit den Schuhen wie der MaturkRight oder Hleit vai weitirens Graf bei der Den Schuh war er berort. Wir wissen, dass er sich in die Schuhen开gen bleibt.